Morgen, Sonnenschein! Aufwachen, Rico! Showtime! Sheldon! Wo ist das gute Zeug? Oh man, wenn ich das wüsste, scheiße, vielleicht gibt's überhaupt kein gutes Zeug! Ist das für die Rebellen? Oder ist es für die Ravello? Ich weiß auch nicht, ist es schwer, den Überblick zu behalten. Na, schieß es. Hey! Scheiße! Verfehlt! Hab ich! Oh, ist gut! Jesus, mein Chalkenwerfer! Rico! Ich hoffe, du lebst noch! Ich wette, ihr habt nicht mit Rico fucking Rodríguez gerechtet! Ha, das ist ja eine Legende hier. Hat dem letzten Mal einiges dazugelernt. Ja, du machst das auch nicht schlecht, ne? Du vergisst immer noch deine Deckung! Dabei ist die Deckung das Allerwichtigste! Das ist ein absoluter Wahnsinn! Ja, jetzt geh in die Tankstelle! Jeet! Oh man! Ohohohoho! Ohohoho! Ohohoho! Was ist das? Oh, mir ist aufgefallen, dass die Rebellen nicht gut über Zäune klettern können. Falsche Ernährung, würde ich tippen. Ohohohoho! Schicke dir neue Koordinaten! Ohohohoho! Eine aufregende Chance, meine neue Erfindung zu testen! Und was ist das? Dient der Vermeidung von Katastrophen! Streck deine Arme aus! Nein, so! Die Ravelos Armee wird sich fragen, was passiert ist. Ohohohoho! Jesus!